Corona hat unsere Welt ins Wanken gebracht. Und gerade in diesen schwierigen Zeiten zeigt sich, wie wichtig unser DRK für die Menschen dieser Region ist. Wir kämpfen an vielen Fronten, Einzelheiten kann ich jetzt aus Zeitmangel gar nicht aufzählen, aber das DRK ist gerade in Zeiten da, die schwierig sind und die risikoreich sind. Und im letzten Jahr wurden vielen Menschen geholfen, viele Menschenleben wurden gerettet und ich danke allen ehrenamtlichen und hauptamtlichen Helferinnen und Helfern für diesen großartigen Einsatz. Ich danke aber auch all denen, die als Fördermitglieder ihren finanziellen Beitrag leisten und damit die Arbeit des DRK stützen. Sie sind die Säulen des Gebäudes, das von Menschlichkeit und Nächstenliebe geprägt ist. Sie machen das Gesicht unserer Gesellschaft aus, Sie sind das soziale Gewissen unserer Gesellschaft. Dafür danke ich allen, die daran beteiligt sind seit vielen, vielen Jahren. Ich wünsche Ihnen allen von Herzen ein schönes Weihnachtsfest, noch eine besinnliche Adventszeit und dann ein gutes neues Jahr mit viel Sonnenschein und viel Gesundheit vor allem. Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kameradinnen und Kameraden des Deutschen Roten Kreuzes, Kreisverband Karlsruhe, liebe Hauptamtliche und ehrenamtliche Mitarbeiter. Es war in der Vergangenheit immer guter Brauch, dass man sich am Jahresende trifft und zurückblickt auf das, was man geleistet hat. Dies ist dieses Jahr leider nicht möglich. Die Pandemie hat uns einen Strich durch die Rechnung gemacht, aber dennoch möchte ich auf diesem Wege Ihnen allen danken für Ihr Engagement und Ihre Mitarbeit in DRK. Ich darf mich bei den 37.000 Fördermitgliedern im Stadt- und Landkreis Karlsruhe bedanken, die die Idee des Roten Kreuzes unterstützen. Aber nicht nur in den Ortsvereinen und Bereitschaften, auch im Haupt- und Ehrenamt wird gute Arbeit geleistet, überdurchschnittlich gute Arbeit. Wir danken den Mitarbeiterinnen in der Pandemie, die im Rettungsdienst und Krankentransport täglich ihren Mann und ihre Frau stehen. Wir danken unseren Mitarbeiterinnen, die tagtäglich trotz Pandemie auch Hausnotrufbesuche vor Ort durchführen. Das alles ist nicht selbstverständlich und darum sind wir alle stolz auf das Deutsche Rote Kreuz und seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Aber wir werden alles nichts, wenn es nicht diesen Vorstand gibt oder gebe, der diese Arbeit erst ermöglicht. Stellvertretend für alle Vorstandsmitglieder möchte ich mich bedanken bei unserem Vorsitzenden, Herrn Innenminister ad Heribert Rech und unserem Chefarzt ad Bernd-Dieter Gonska. Denn ohne diesen Vorstand wäre die erfolgreiche Arbeit des Kreisverbandes nicht möglich. Ich bin dir sicher, ja ganz sicher, wir werden uns spätestens Mitte nächstes Jahres wieder treffen können. Starten wir gemeinsam in das Jahr 2021 mit Optimismus. Bleiben Sie gesund, Ihr Jörg Biermann. Für uns alle war es dieses Jahr anders. Wir wurden vor neue Herausforderungen gestellt und haben diese gemeistert. Seien es die Kolleginnen und Kollegen auf der integrierten Leitstelle, welche ganz neuartige Telefongespräche meisterten. Sei es das Präsidium, welches uns durch ein enorm hohes Vertrauen uns die notwendige Flexibilität gegeben hat. Seien es die Kolleginnen und Kollegen im Rettungsdienst und Krankentransport, die auch beim fünften Covid-Einsatz in einer Schicht immer noch überaus professionell agiert haben. Seien es die Führungskräfte, die ihrer Mannschaft rund um die Uhr zur Verfügung standen. Seien es die Verwaltungskräfte, die plötzlich ein neues Büro, ja das eigene Zuhause, die in Rekordzeit eingerichtet haben und wieder arbeitsfähig waren. Sei es das Ehrenamt, wo er überall unterstützen musste und dies auch mehr als erfolgreich getan hat. Seien es einfach alle, die mitgekämpft haben, mitgelitten und schlicht zusammengehalten haben. Ihnen allen gebührt mein größter Respekt und mein größter Dank für die Bewältigung der jeweils ganz speziellen Mammutaufgaben. Ich gehe frohen Mutes ins nächste Jahr, wenn ich weiß, dass wir meistern werden, komme, was da wolle. Das haben wir als Kreiswollern dieses Jahr überaus deutlich in den Beweis gestellt. Ich bin stolz, ein Teil dieses Teams zu sein. Ich wünsche Ihnen allen frohen Weihnachten einen guten Rutsch und vor allem anderen ganz viel Gesundheit. Hallo, liebe Ruth Kreuzler, Freunde und Unterstützer des DRK Kreiserbahn Karlsruhe. Was für ein verrücktes Jahr liegt hinter uns. Es hat uns alles abverlangt. Engagement, Mut, Kreativität, Durchhaltevermögen. Hättet Ihr jemals mit so einer Situation in Eurem Leben gerechnet? Ich definitiv nicht. Für mein Empfinden sind wir nochmal ein großes Stück zusammengerückt. Wir wissen nun, keiner von uns ist allein. Wir stehen zusammen und wir halten auch weiterhin zusammen. Passt auch weiterhin auf Euch, Eure Familien und Angehörigen und auf unsere Mitmenschen auf. Seid auch weiter kreativ, wenn Ihr unter besonderen Voraussetzungen Weihnachten feiert und macht dieses Fest zu einem besonderen Fest. Ich danke Euch allen von ganzem Herzen, dass Ihr für die Gemeinschaft und für unsere Mitmenschen da seid. Man kann es gar nicht oft genug sagen. Danke, danke, danke. Ich wünsche Euch nun ein schönes Weihnachtsfest und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Bleibt gesund. Bis bald.